Ich habe Kaffee, ich kann Video filmen. I'm thriving over here. Hallo Jungs, Mädels, alles dazwischen und diverses und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Emilia und bei mir geht es um Leben und Bücher. Ich habe die Kamera heute für den Platz hier mal ein bisschen höher platziert. Schreibt mir gerne mal, wie ihr das findet. Ich finde es ganz schön, dass man jetzt irgendwie mal mehr vom Bücherregal sieht. Ich weiß gar nicht, das hat man sonst immer gar nicht so gesehen, aber never mind. Ihr bekommt heute zwei Videos in einem. Ich werde euch heute nämlich einmal die Bücher zeigen, die ich im September gelesen habe. Und dann werde ich auch noch meinen TBR für den Oktober aus meinem TBR-Joury ziehen. Der Oktober hat zwar schon angefangen, heute, wenn ich das filme, ist schon der zweite Oktober, aber ich hatte noch ein Buch Ende September angefangen von meiner Leseliste für den Monat. Und das habe ich jetzt einfach noch mitgenommen in den Oktober. Aber jetzt reden wir erst mal über die Bücher, die ich im September beendet habe. Ich habe im September insgesamt sieben Bücher beendet. Zwei davon habe ich als E-Books gelesen. Eins war ein Hörbuch und vier waren physische Bücher. Und das erste, was ich beendet habe, war Hallo, du Schöne von Anne Napolitano, was von Werner Löcher-Lawrence ins Deutsche übersetzt wurde. In diesem Buch geht es um vier Schwestern. Das ist sowas wie ein loses Retelling von Little Women, auch wenn, glaube ich, da außer der Vier-Schwestern-Thematik nicht so viel übernommen wird. Die vier Schwestern wachsen in Chicago in den 60er, 70er Jahren auf. Und das Buch beginnt allerdings nicht mit ihrer Kindheit, sondern damit, dass die älteste der vier Schwestern, Julia, am College einen Mann kennenlernt und sich in ihn verliebt. Und wie alles, was sich daraus dann erspinnt, die komplette Beziehung der Schwestern verändert. Ich fand die Darstellung der 70er, 80er Jahre in Chicago sehr schön. Ich hatte das Gefühl, dass Napolitano da wirklich viel recherchiert hat und man deswegen richtig in dieses Leben, besonders eben in dieser Italo-amerikanischen Gegend, da reinblicken konnte. Tatsächlich konnte ich oft in dem Buch nicht sagen, was als nächstes passieren wird. Ich muss allerdings sagen, die Charaktere haben sich teilweise auch ein bisschen künstlich angefühlt. Also manche Entscheidungen, die hier im Buch getroffen wurden. Ich weiß nicht, ob echte Menschen mit einer dermaßen zum Teil drastischen Endgültigkeit Dinge entscheiden, wie es hier im Buch abgelaufen ist. Vielleicht ist das auch so und ich kenne einfach niemanden, der da so ist. Aber ich muss auch sagen, dass ich die Beziehungen zwischen den Schwestern nicht so ganz greifen konnte. Also ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, das Buch erzählt mir die ganze Zeit, dass sich die Schwestern total nah sind, ohne dass da wirklich mal so ein Beweis für erbracht wird. Und insgesamt war es ein sehr inspirierendes, feministisches Buch, das ich auf jeden Fall empfehlen würde. Und ich habe 4,75 Sterne gegeben, weil es irgendwie schon so ein Familien-Epos war, wo man das Gefühl hat, das muss einfach hoch bewertet werden. Dann habe ich eine Harry Potter Fanfiction wendet. That's the Art of Getting By von Sarah Wolf. Die habe ich irgendwann mal im Frühling angefangen und dann jetzt immer mal so ein bisschen was gelesen und jetzt letztendlich beendet. Das ist eine Wolfstar Fanfiction, also Sirius und Remus haben in dieser Version von Harry Potter eine Beziehung. Und hier ist es so, dass Dumbledore als Harry dann vier Jahre ist, entscheidet, dass er nicht mehr länger bei den Thursdays wohnen soll, sondern stattdessen zu Remus zieht. Und Remus ist natürlich traumatisiert von all den Dingen, die passiert sind. Den Dingen, die er im Krieg erlebt hat und dass so viele seiner Freunde gestorben sind. Das ist eine ganz süße Geschichte, erst mit ihm und Harry und dann auch noch mit einer anderen Figur. Weiß ich nicht, ob das jetzt großer Spoiler ist, wenn man sagt, es ist eine Wolfstar Fanfiction. Ich mochte das Buch. Ich fand, dass die Autorin krass gut mit der PTBS-Situation umgegangen ist. Und ich glaube, sie hat auch die Charaktere Remus und Sirius sehr gut verstanden und konnte diese ganzen Emotionen gut porträtieren. Das Buch hat sich so ein bisschen overwritten angefühlt. Also zum Teil waren da so viele Gefühls- und Metaphorik-Beschreibungen, wo ich mir wirklich gedacht habe, ja, wir haben verstanden, wie die beiden sich fühlen. Wir haben verstanden, dass es nicht einfach für sie ist. Ich muss es jetzt nicht nochmal im Innerhalb von drei Seiten zum fünften Mal erwähnen. Aber ich mochte es wirklich gerne. Es war sehr herzerwärmend und habe dann 4,25 Sterne gegeben. Dann habe ich Radikale Zärtlichkeit von Shada Kurt als Hörbuch gehört, was auch von der Autorin selber gelesen wird. Ich habe dem Buch nur zwei Sterne gegeben, nicht weil ich es schlecht gefunden hätte oder weil ich überhaupt nicht mit der Meinung von der Autorin übereinstimmen würde, sondern weil ich das Gefühl hatte, dass mir das Buch nichts Neues gegeben hat. Worum geht es denn überhaupt? Die Autorin argumentiert hier in verschiedenen Kapiteln, wieso Liebe politisch ist. Also sie führt Beispiele aus den Medien, aus ihrem eigenen Leben und aus Statistiken an, die eben gewisse Schlüsse daraus ziehen lassen, wie Liebe und Beziehungen von Politik und Gesellschaft beeinflusst werden. Das Einzige, was ich neu und interessant fand, war, sie lebt mit ihrem Freund in einer Polygamenbeziehung. Sie redet schon direkt relativ am Anfang des Buches darüber, dass es für sie und ihren Partner damals eine gute Entscheidung war und ihre Beziehung vorangebracht hat. Dass in der Gesellschaft aber eben stark kritisiert wird und dass wir eben noch sehr in diesem monogamen Gesellschaftsbild drin sind. Was ich interessant fand, gibt es mal abgesehen davon, ob ich in einer Polygamenbeziehung leben möchte oder nicht. Aber ja, es ist nun mal das, was in unserer Gesellschaft so als die Norm angesehen wird. Ansonsten hat mir das Buch einfach nicht wirklich was Neues gegeben, deswegen nur zwei Sterne. Aber an sich würde ich es empfehlen. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, das andere Buch von Sheldra Kurt Hass noch zu lesen. Dann habe ich gelesen dieses wunderschöne Buch hier, Alte Sorten von Ewald Ahrens. Hier geht es um zwei Frauenfiguren, Sally und Liz. Sally ist 17 und Liz ist, ich glaube, so in ihren 40er, 50ern. Auf jeden Fall, Sally flieht zu Beginn des Buches aus einer psychiatrischen Anstalt, flüchtet sich aufs Land und begegnet dort Liz. Liz ist dort die Besitzerin eines Hofes, den sie alleine bewirtschaftet. Und so in der spontanen Situation eigentlich beschließt sie, Sally bei sich aufzunehmen. Und über die nächsten Wochen arbeitet Sally dann zusammen mit Liz auf dem Hof. Und ach, das ist so ein wunderschönes Buch. Ich habe ja schon der große Sommer von Ewald Ahrens gemocht. Das hier war doch noch mal was anderes irgendwie, auch vom Stil und von der Story her. Aber trotzdem war es so toll. Fühlt sich so richtig heilsam an, weil man eben diese ganzen Beschreibungen über Essen, über Obstsorten, über Landwirtschaft, die Mentalität des Lebens auf dem Land liest. Und diese Ruhe, die Menschen aus der handwerklichen Arbeit und der Landwirtschaft ziehen, deswegen so richtig darin eintauchen kann. Die Naturbeschreibungen sind wunderschön. Es beginnt am 1. September und zieht sich dann so ein bisschen wie in den Oktober rein. Das heißt, es war auch wirklich das perfekte Buch für den September. Hat mir richtig viel Freude bereitet. Die beiden Figuren, Sally und Liz, sie hatten ihre Ecken und Kanten, aber sie sind im Prinzip gute Menschen. Und deswegen war es auch schön, über sie zu lesen. Ich fand es auch einfach cool, dass in dieser Dynamik ältere Person und jüngere Person helfen einander, heilen einander. Hier mal wirklich mit zwei Frauenfiguren dargestellt wurde. Weil sonst kenne ich das dann so, dass zumindest eine der beiden Figuren männlich ist. Sehr berührend. An einem Stelle sind mir so ein bisschen die Tränen gekommen. Und ja, fünf Sterne. Jahreshighlight. Dann habe ich dieses Rezensionsexemplar hier gelesen. Handbuch für den vorsichtigen Reisenden durch das Ödland von Sarah Brooks. Übersetzt von Claudia Feldmann. Das ist ein historischer Fantasy-Roman, in dem zwischen Russland und China eine mystische Welt, ein mystisches Land namens das Ödland liegt. Ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Es ist quasi ein wild, wachsendes, magisches Land voller Pflanzen, wilder Menschen und wilder Tiere. Und mit seiner Magie ist das Ödland in sich verbunden. Menschen können sich dem Ödland nicht nähern, weil sie dann dem Wahnsinn verfallen würden, sondern nur die transsibirische Eisenbahn fährt immer von Russland nach China und wieder zurück. Wir begleiten den Zug auf dieser Reise, nachdem er zehn Monate lang nicht gefahren ist, weil es einen Zwischenfall gab. Und wir gucken uns dabei drei verschiedene Perspektiven an. Ich finde es so schwierig, eine Bewertung zu diesem Buch abzugeben. Ehrlich, ich habe 3,5 Sterne gegeben. Also was mir schon mal nicht gefallen hat, war, dass das Ende meiner Meinung nach ein bisschen zu schnell abgehandelt war. Es ist ein besonderes Buch, das Ödland als Konzept ist, was ich noch nie gelesen habe, was mir sehr gut gefallen hat. Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass ich mit einigen der Charaktere nicht so ganz warm geworden bin. Durch die Perspektivwechsel habe ich oft immer einen Moment gebraucht, um zu checken, wer jetzt eigentlich gerade wieder dran ist. Und das hat mich dann auch so ein bisschen aus dem Lesefluss rausgeholt. Ich habe auch so ein bisschen nicht ganz verstanden, was jetzt der Punkt der Geschichte sein soll. Also es ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Ode an Naturschutz und gegen Klimawandel und so weiter und so fort. Aber irgendwie gab es auch Punkte in dem Buch, die für mich nicht so richtig gepasst haben. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es hat sich irgendwie einfach ein bisschen komisch angefühlt. Aber es hat mir auch gut gefallen und es ist auch wirklich ein gutes Buch für die Herbstzeit. Ich würde es empfehlen. Guckt mal rein, ob es was für euch ist. Es ist auf jeden Fall mal was anderes. Dann habe ich ein weiteres Jahreshighlight gelesen und das war Emily Wild's Map of the Otherlands von Heather Forsett. Das ist der zweite Band in der Emily Wild Reihe. Und ich habe schon den ersten Band geliebt. Der erste Band war schon eins meiner Lieblingsbücher letztes Jahr. Und ich muss sagen, mir hat der zweite Band jetzt nicht mal besser gefallen. Emily Wild ist eine Feenforscherin, die durch Europa reist und über Feen forscht. Sie ist Professorin in Cambridge. Im ersten Band reist sie in den Norden, um dort Feenvölker zu erforschen. Und hat einen Academic Rival namens Wendell Bambleby. Und ich liebe die Dynamik zwischen denen. Und das Buch hier hat mir jetzt noch besser gefallen, weil es spielt erstens im Herbst. Das ist perfekt jetzt für die Jahreszeit. Dann spielt es in den, ich bin mir nicht ganz sicher, ob in den bayerischen oder österreichischen, aber auf jeden Fall in den Alpen. Es gibt noch einige andere Figuren, die in diesem Band hinzugekommen sind. Und irgendwie dem Ganzen nochmal eine interessantere Dynamik geben. Es gibt so viele Enthüllungen und Wendungen. Es ist auch immer so ein bisschen, als würde sie einen Kriminalfall lösen. Halt nur mit Magie. Und wirklich, Heather Forsett kann auch so coole Geschichten sich ausdenken. Und er spinnen. Alles greift so gut ineinander. Die Dialoge zwischen den Charakteren ist es einfach so wholesome und so toll. Die Reihe hat mein ganzes Herz. Und die Kameras sind ja auch mal sowas von schön. Und dann das letzte Buch, das ich im September gelesen habe, war Conversations on Love von Natasha Lunn. Ein Sachbuch, in dem Natasha Lunn verschiedene britische und amerikanische Schriftsteller, Journalisten, Leute, die was mit Schreiben zu tun haben, zum Thema Liebe interviewt. Buch ist in drei Bereiche aufgeteilt. Wie man Liebe findet, wie man Liebe behält und wie man mit der Trauer, wenn Liebende von einem gehen, zurechtkommt. Das Buch war auch, wie alte Sorten, ein total heilsames Buch. Also ich habe so viel markiert, weil da so tolle Zitate drin sind. Aber auch wirklich einfach so tolle Erkenntnisse. Diese ganzen Gespräche, die sie mit den Menschen führt. Aber auch das, was sie dann selber daraus schließt. Und wie sie es auf ihre eigene Lebensgeschichte anwendet. Es war alles so inspirierend und so heilsam. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, da sitzt jemand hinter mir, der mir gut zuredet und sagt, es ist okay, wie du liebst. Es ist okay, wie Beziehungen laufen. Es ist okay, wenn Beziehungen zerbrechen. Es hat einfach so gut getan. Und es war auch so schön, über die verschiedenen Leben der Menschen zu lesen, die sie interviewt. When someone dies, you are the same person you were five minutes ago, but suddenly you're a different person too, because your future self is no longer there. Loved it. 4,5 Sterne. Damit haben wir dann alle Bücher, die ich im September gelesen habe. Und ich würde sagen, dann gehen wir rüber in mein anderes Zimmer zu meinem TBR-Shelf und ziehen den TBR für Oktober. Okay, hier ist es jetzt um einiges dunkler drin. Ich hoffe, das ist nicht zu irritierend. Wie findet ihr das eigentlich, wenn ich jetzt so ein bisschen weiter weg von der Kamera sitze? Ich wollte ja eigentlich sowieso nochmal irgendwann so ein Objektiv zum Aufsitzen von meiner Kamera kriegen, dass ich dann nochmal so ein Wide Angle habe. Never mind. TBR-Jug. Ich muss mal gucken, wie viele ich ziehen werde. Ich habe ein paar Bücher hier stehen, die ich unbedingt im Oktober lesen werde. Jetzt egal, ob sie auf dem TBR landen oder nicht. Das heißt, wenn ich jetzt nur Zettel ziehe, mit denen ich es nicht schaffe, die auf meinen TBR zu packen, dann werde ich ein paar weniger Zettel ziehen. Und bei den anderen Büchern möchte ich dann einfach noch sagen, ja, die werde ich auch im Oktober lesen. Wenn die Sterne für mich gut stehen, dann werde ich sechs Zettel ziehen, wenn ich Bücher hier drauf bekomme, die ich auch lesen möchte. First Prompt. Ich habe übrigens die von letztem Monat einfach wieder reingesteckt. Ich habe jetzt erst gesehen, dass manche Leute es so machen, dass die dann das Ding immer mehr ausleeren. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt machen. First Pick. Ein Buch mit über 400 Seiten. Actually, ich weiß schon ganz genau, was ich dafür nehmen werde. Nochmal kurz gucken, ob es auch über 400 Seiten hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, 447. Vengeance von Ruby Brown. Der erste Teil der Academy of Film Analysis Reihe. War mega gehypt im deutschen Booktalk und Bookstagram Bereich dieses Jahr, seit es im April rausgekommen ist. Hier geht es um Nemesis von Winter. Und sie kommt aus einer Familie von Traumwandlern und kommt auf eine Akademie, in der sie das Traumwandeln weiter und näher lernen soll. Ich finde, das klingt so cool. Und es ist auch Enemies to Lovers, weiß ich. Und Ende Oktober kommt der zweite Band hier von raus, den ich schon vorbestellt habe, damit ich ihn mit Farbschnitt bekomme. Also muss ich jetzt den ersten lesen. Und ich glaube, das ist wirklich das perfekte Buch für Herbst mit Traumwandeln und Magie und einer Akademie, also einem Internatsetting wie bei Harry Potter. Geht gut los hier. Okay, nach diesem guten Start ziehe ich doch gerne die nächste Prompt. Und das ist ein Buch mit einer Person auf dem Cover. Ich zeige euch erstmal die Option, weil da gibt es nicht so viele. Der Spurenfinder von Marc-Uwe Kling, wo drei Personen als Silhouette auf dem Cover drauf sind. Dann hätten wir Hell Followed With Us von Andrew Joseph White. Was ich letzten Monat nicht mehr geschafft habe zu lesen. Dann hätten wir Eines Menschen Flügel. Da kann man schon fast fragen, zählt das als Person? Weil, I guess. Ein Science-Fiction-Buch von Andreas Eschbach, aber not that brick of a book this month. Dann hätten wir The Night Circus. Da sind auch so zwei Silhouetten drauf. Wir hätten Demon in the Woods von Labor Dugo. Was? Das ist schon tempting. Das ist eine Graphic Novel, die ich mir jetzt diesen Monat gekauft habe. Vorgeschichte zu Shadow and Bone, wo es um den Darkling, also den Dunklen geht, falls ihr es auf Deutsch gelesen habt. Und dann habe ich aber auch noch Just Kids von Patti Smith. Und ich glaube tatsächlich, ich werde das Buch nehmen. Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass das ein guter Pick für den Herbst ist. Also, dass das Buch wohl auch so ein bisschen Herbst-Vibes hat. Und das steht jetzt hier auch schon seit einem Jahr rum. Also, ich habe mir das gekauft, als wir letztes Jahr im September in Berlin waren. Ich wollte es erst im Sommer lesen. Dann habe ich gedacht, vielleicht doch lieber im Herbst. Und jetzt ist Herbst, also werde ich es jetzt einfach mal lesen. Also, Just Kids von Patti Smith. Okay, wir machen es gut, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, das ist eine schöne Auswahl bisher. Ein Buch von einem Lieblingsautor. Uh, das ist natürlich auch schön. Ich habe tatsächlich gerade gar nicht so viele Bücher von Autoren, von denen ich schon mal was gelesen habe. Ich habe theoretisch The Hunting Moon von Susan Danerj. Da mochte ich den ersten Band gerne und wollte den zweiten auch mal lesen bald. Aber das war jetzt nicht wirklich ein Lieblingsbuch. Und ich würde Susan Danerj es, glaube ich, auch nicht als Lieblingsautorin von mir bezeichnen. Ich glaube tatsächlich, ich muss Demon in the Wood nehmen, weil Labor Dugo schon wirklich eine meiner Lieblingsautoren ist. Gerade die Six of Crow-Reihe mag ich so gerne von ihr. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, auch wirklich ein super tolles Herbstbuch. Deswegen Demon in the Wood, a Shadow and Bone Graphic Novel, ist das dritte Buch. Okay, bis heute läuft es ziemlich gut. Aber ich habe ein bis zwei Bücher, die unbedingt eigentlich auf die Liste hier sollen. Deswegen muss ich mal gucken. Eine Empfehlung von Jack Edwards oder Joanna June. Ich meine, dass Joanna June mal den Mitternachtszirkus empfohlen hat und Jack Edwards, glaube ich, mal White Teeth von Sadie Smith. Ich bin mir jetzt aber auch echt nicht mehr so sicher. Ich könnte auch... Ich glaube, ich cheate jetzt einfach mal ein bisschen. Ich meine, dass Jack Edwards mal gesagt hat, dass er We Have Always Lived in the Castle von Charlie Jackson gut fand. Irgendwo in meinem Hinterkopf klingelt da was. Ich werde es jetzt nicht extra überprüfen. Das ist wirklich ein Buch, das ich unbedingt jetzt auch im Oktober lesen wollte, weil es so spooky und eerie, also perfekt für den Oktober ist. Deswegen wird das das nächste Buch. Da habe ich mich jetzt ein bisschen reingetrickt, aber okay, that's how it goes. Okay, dann haben wir ein längeres und drei relativ kurze Bücher da liegen. Ich glaube, dann können wir wirklich sechs Prompts machen. Ein Buch eines Autors. Also damit ist gemeint eine männliche Person. Warum habe ich da nur Frauen stehen? Ich könnte machen A Beer Called Paddington von Michael Bonds. Ich könnte machen Der Spurenfinder von Marc-Uwe Kling, auch wenn da seine beiden Töchter mit dran geschrieben haben. Also weiß ich jetzt nicht, ob das dann überhaupt richtig zählt. Andreas Eschbach wäre nach wie vor eine Option. Ich habe das Mondschein-Café. Ist das von einem Mann oder von einer Frau? Ja, auch eine Frau. Okay, ich habe hier wirklich nur Frauen gerade stehen, was natürlich schön ist. Feminism Empowerment. Das heißt, ich muss A Beer Called Paddington machen. Bin ich auch nicht böse drüber. Auch so ein richtig süßes, kleines, cozy Buch. Was ich auch bestimmt richtig schnell weggelesen habe. Und dann jetzt noch die letzte Prompt. Ich glaube gar nicht, wie viel Spaß das war. This one. Ein Buch mit einer Präposition im Titel. On, in, at und so weiter. Da funktioniert Blood in the Mist von Hope Merliss. Near to the Wild Heart von Clarissa Spector. Also das heißt ja Nah am Herzen. Was ich im September nicht mehr geschafft habe. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Oktober lesen will. Es gibt mir nicht so richtig Herbst-Vibes. Und das war es schon. Das sind die einzigen Bücher, die ich mit Präposition im Titel auf meinem TBR habe. Das heißt, ich nehme Blood in the Mist von Hope Merliss, weil ich glaube, das ist auch ein gutes Herbstbuch. Und dann ist das meine Leseliste für Oktober. Ich habe das Gefühl, da erwartet mich auch ein richtig guter Lesemonat. Auch mit Blick auf so Halloween und Unistart. Also Dark Academia ist ja auch ein bisschen drin. Und es ist auch eine gute Variation. Also ich habe keinen richtigen Roman, aber ich habe eine Biografie. Gothic Literature, Cozy Fantasy, Romantasy, eine Graphic Novel, was ich ja auch selten lese. Und ein Cozy Kinderbuch von Paddington. Also wirklich alles total unterschiedliche Bücher. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und würde ansonsten nur noch sagen, folgt mir auf jeden Fall bei Instagram. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ich hoffe, ich habe alle lieb. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Schreibt mir auch gerne mal, was eure Lesepläne für den Oktober sind. Tschüss. Ah. Never much.